Dienstag, 11. Juli 2023 Mein Jesus wartet auf euer öffentliches und mutiges Zeugnis. Botschaft der Mutter Gottes Königin des Friedens an Pedro Regis in Angyra, Bahia, Brasilien. Liebe Kinder, vertraut voll und ganz auf die Macht Gottes und alles wird sich für euch zum Guten wenden. Wendet euch von der Dunkelheit ab und sucht das Licht des Herrn. Nehmt das Evangelium meines Jesus an und lasst seine Worte euer Leben verwandeln. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen und nur in Jesus werdet ihr Kraft für den großen geistigen Kampf finden. Ihr werdet immer noch Schrecken auf der Erde sehen. Männer und Frauen des Glaubens werden ein schweres Kreuz erfahren, aber was auch immer geschieht, gebt nicht nach. Mein Jesus wartet auf euer öffentliches und mutiges Zeugnis. Vergesst nicht, eure Verteidigungswaffe liegt in den Lektionen der Vergangenheit. Wendet euch von den Neuerungen ab, die euch ins Verderben führen, und bleibt dem wahren Lehramt der Kirche meines Jesus treu. Ich bin eure Mutter und ich leide für das, was auf euch zukommt. Betet! 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 Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seid in Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020